hier haben wir vom paul noch mal gut was geliefert bekommen beziehungsweise der hat gut abgeliefert der hat riesen und magier schauen wir mal wieder bei ihm läuft so schlecht schon mal nicht war also weil er hat ja wirklich minen und sammler draußen die gilt es jetzt hier irgendwie freizulegen beziehungsweise minen und sammler drin sorry ja ich war jetzt ein bisschen verpeilt die sind natürlich drin und dann ist auch vollkommen richtig dass er gesagt hat gut okay kommt frontal angriff erstens ich habe die riesen am start warum soll ich die denn nicht nehmen logisch und dann halt wirklich draußen seht ihr ja dann auch hier die minen und sammler also beziehungsweise in dem fall jetzt die sammler sind gar nicht so ex extrem voll innen drin ist halt das was richtig richtig zählt und da geht dann die katze steil auf jeden fall schön im heal sehr sehr cool ja und dann haben wir hier nur noch das zeugs hier so ein bisschen was aber nicht weiter wild ist aber wir haben die riesen noch wir haben den king noch ganz bisschen aber guckt mal wenn hier nichts mehr kommt dann kann natürlich auch ein fast toter king noch mal richtig was reißen hier richtig schön wenn jetzt hier nicht noch mal zwei drei bomben kommen glaube ich aber nicht weil der inaktiv war von daher ist das ganz nice da kann der halt noch mal richtig was ruppen und jetzt hier townhall noch weg ganz genau hättest du zeitlich sonst nämlich nicht geschafft auf keinen fall aber der haut halt noch mal mit der vollen kanne zu sehr nice riesen haben wirklich alles gecleared dass hier echt noch fast ein hundert prozent draus geworden ist einwandfrei gut gemacht nice loot plus go wipe nee reicht der loot reicht uns nicht und das war auch keine go wipe das sehe ich jetzt queen walk ich finde das geil dass ihr den halt eben auch mittlerweile so übel drauf habt und dass ihr den natürlich feiert klar hier sehe hier sehe ich auch wirklich wieder eben nicht zu viele nicht zu viele gedroppt und man sieht es ja auch hier der bogeyturm geht voll drauf ja schön wenn ich dann alle klar der bogeyturm hätte jetzt nicht gleich alle heiler gekillt aber ihr wisst was ich meine jetzt visiert er wieder erst mal sein anderes ziel an einwandfrei so wird es gemacht so minenwerfer dauernd dann hier schönes alex lager ziehen und jetzt noch ich hätte jetzt jetzt hier in dem bereich eventuell noch ein bisschen barsch gesetzt dass zumindest die mauerbrecher dann ans ziel kommen ja ja vollkommen richtig queen unterstützt auf jeden fall weil auch die fünfer queen die macht da auch schon was genau vollkommen richtig so jetzt hier hier muss jetzt gecleared werden na glück gehabt so die riesen machen nicht so viel aber ist jetzt auch nicht zu vernachlässigen ja genau genau in dem bereich halten sie sich jetzt eh auf ganz klar hier ihr seht selber sie erhalten zwar jede menge auf das halten jede menge aus das heißt die queen hält sich eine ganze weile damit auf aber trotzdem sind die jetzt selber nicht so gefährlich für die queen das passt auf jeden fall hier bist du schon mal da wo du sein möchtest jetzt kann dir das keiner mehr nehmen auf jeden fall brauchst du nicht brauchst du eigentlich nicht das wäre auch so gegangen also den rest würde ich jetzt gar nicht spammen du hast noch eine minute das geht noch down das hier gucken wir mal wenn sie sich jetzt nicht an mauern festbeißt und jetzt eventuell naja dann wird es ja cool genau dann sehr nice sehr nice und dann sogar noch das lx lager ein mann frei sehr cool gut gemacht ne also du hast das nicht zum ersten mal gemacht würde ich sagen das war das war sehr cool der war der war richtig nice schön das dunkle auf null gesetzt ja und sogar noch aktiv der gegner zwar low ausgebaut aber der hat halt dann noch die infernus ja klar also erstmal natürlich wirklich alles was draußen ist erstmal weg bekommen klar also erstmal natürlich draußen alles weg bekommen logisch dass man das mitnehmen kann und dann natürlich hier echt der mega hyper loot auf jeden fall richtig richtig fett klar närgert man sich natürlich logisch zumal wenn die queen wenn der king schon auf 20 ist dann wird die queen ja jetzt auch nicht so low sein hast du hast hier garantiert in den arsch gebissen auf jeden fall und dann wird es halt schwierig ich meine vorteil ist natürlich auf jeden fall dass der die auf single hat so das heißt die können deinen truppen und deinen truppen nicht so wirklich viel an haben weil die halt schneller sind und dann passt das und jetzt wird es tricky so hier da da passiert gar nichts das ist so jetzt hier richtig schön gespammt an zwei verschiedenen stellen hätte auch nichts gebracht sehe ich genauso dann lieber wirklich mit einem mal den richtigen schlag rein und hier irgendwie das noch vielleicht so genau einwandfrei ist doch gut komm hätte ganz anders laufen können ja nice klar ist natürlich jetzt flächenschaden zack zack ist das ding gegessen inferno ist sogar gleich leer gegangen habe ich gar nicht darauf geachtet einwandfrei auf jeden fall ja dass das war es halt klar da ist die messe gesungen aber ganz ehrlich das ist ein nice loot gewesen das war für barge vollkommen vollkommen nice gemacht another queen war na siehste auch wieder alle heiler gedroppt hier sehr gut dass die sich hier gleich noch mit beschäftigen vollkommen richtig dass die kühne halt wirklich gar nichts mehr hat wo sie sich hier im linken bereich beschäftigen kann mit einwandfrei so und jetzt ist es langsam zeit für nicht warum da nö das ist quatsch da brauchst du nicht jetzt ganz genau ganz genau die mauerbrecher wollten wir jetzt sehen zack drinnen und das war es das passt die holst du nicht wieder raus die holst du dann nicht wieder raus die ist jetzt im sandkasten drinnen und die spielt jetzt eine weile auf jeden fall die spielt den gegner schön kaputt die heiler sind natürlich schön hinter ihr somit luftabwehr gar kein thema easy peasy läuft hier noch schön die clanburg leer machen natürlich warum soll man den loot verkaufen schenken so und dann dunkles richtig richtig schön weggenommen da das lx geht auch noch weg ja sehr geil einwand frei guter queen walk und wie gesagt ihr seht selber es kriegen mittlerweile so viel hin während queen walk naja mal gucken wie viel gedroppt wurde das ist halt die interessante sache wenn du schon relativ viel gedroppt hattest dann ist das in ordnung noch ist die verbindung da heiler sind auch schon mal auf dem feld gecleared ist schon na siehst du die verbindung ist immer noch da dann geht das doch dann ist das doch in ordnung dann läuft das und wenn jetzt die verbindung weg ist vollkommen egal das das ist so da noch naja jetzt könnte es sein dass sie hier halt noch ein bisschen aber ich denke mal eher dann auf das lager genau und jetzt das dunkle genau ne ist doch einwand frei guck mal sind wir mal ehrlich was hättest du sonst noch droppen können klar du hättest noch ein paar mauerbrecher gehabt du hättest noch ein bisschen was weiteres zum clearen gehabt aber du warst doch heilermäßig super aufgestellt guck mal jetzt wie alles abgemetzelt wird hier die beiden x-box schießen die tesla bogeyturm alles aus allen löchern wird geballert und die hält die hält es aus weil sie halt schon eine 15er ist klar aber das ist doch einwand frei ich meine besser kannst du doch gar nicht haben und da sind wir mal ehrlich ich sage jetzt mal zum beispiel das wären komplett volle lager gewesen beziehungsweise sammler und minen komplett voll und man hätte mit barge angegriffen und dann hätte man connection lust gehabt na herzlichen dank da freust dich richtig und jetzt sagst du dir was ist denn ich meine ich habe doch alles gezogen was ich wollte easy peasy einwand frei auf jeden fall richtig geil auf jeden fall richtig geil der janni den hattest du schon mal gedraht oder ne den wow ok gibt es hier ja genau 1, noch was millionen ich denk grad hä was wow ja genau queen walk vom king ist natürlich jetzt wichtig dass du dich auf die bora nur spezialisierst und nicht ins dunkle dahin willst ja nur mal im kopf behalten ich meine du willst natürlich rein weil minen und sammler drin sind mit einer sechser queen genau king außen rum laufen lassen und da hätte ich dem king sogar noch ein paar highlights zu gesprochen aber klar ich meine bei der sechser queen bevor die dann down geht muss man natürlich auch schauen klar immerhin schon mal 1,3 k dlx jetzt hier tricky kiste mit einem 13er king glück gehabt dass nichts anderes noch im def ja hier wie gesagt da passiert nichts das ist klar das äh war logisch wussten war so und jetzt hier genau die beiden schon mal noch das ist doch ganz nett und jetzt geht's rein genau klar weil sie außenrum nicht mehr kann nochmal inferno weggeballert und das ist jetzt ja das bringt jetzt keine punkte mehr da wird kein loot mehr vorhanden sein ganz genau total easy base exakt solche wie gesagt so eine base jeder denkt sie ha 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 ich troll hier jeden ich mache jeden fertig mit dieser base und dann kommt ihr habt eine queen dabei eine handvoll heiler und alles ist easy okay diesen moment liebe ich und jetzt greifst du von oben an das wäre der knaller genau ne vollkommen recht das wäre der übelste shit alter nein das ist wirklich die ganze zeit die base wirklich ich sag mal bei 10 angriffen wird die easy peasy laufen man verteidigt schön alles gut und einer kommt mit so einer scheiß queen an und säbelt dich sowas von kaputt tja hier auch das vollkommen egal weil geht die queen nochmal kurz hin ballert weg fertig weil die hier ist weg das ist das wichtige in dem fall exakt ganz genau sie will das noch wegnehmen es soll ja schön sauber aussehen ihr wisst doch die hat doch so ein bisschen da so ein fable für sauber machen so jetzt ist natürlich die frage die wir haben hier garantiert tesla am start was uns nur in die karten spielen kann weil wir damit die queen definitiv nach innen ziehen werden jetzt gucken wir jetzt sollte die aufs nächste goldlager oder die luftabwehr gehen gucken wir mal auf jeden fall nicht auf die kanone genau einwand frei oh haben wir eine bombe oh nimm den lutscher so bogey ne jetzt luftabwehr jetzt als nächstes luftabwehr genau und jetzt müssten hier eigentlich die teslas kommen ok ja oh super glück gehabt glück gehabt richtig richtig ja normalerweise würde man sagen wie 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 glück gehabt ja weil man halt wirklich dann die queen wirklich in dem bereich haben möchte so jetzt jetzt wenn dann expo und dann rein also in genau weil sie den expo haben möchte und jetzt ist sie ja schon direkt neben dem dlx hier da sind wir da wollen wir hin und dann passt das ganz genau einwandfrei easy peasy sehr gutes ding genau so wollen wir das haben dlx schön und danach hast du gleich aufgehört weil du dir gesagt hast gut okay komm wir wollen da nichts riskieren wir haben unseren stern sicher den haben wir ja mit den bogies da rausgekitzelt dann passt das so wir sind auch gleich wieder bereit leo hat wieder ein mit richtig richtig viel loot ich bin ganz ehrlich jetzt ganz anders gemacht aber gut wir wir ich wäre von oben gegangen wie 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 seht ihr das wie seht ihr also klar ich bekenne mich wieder wer ist der elixier dunkle der elixier dunkle der dunkle elixier geile ja hier hier ist ja hier da genau der ist es natürlich klar aber ich wäre von oben gegangen aber gucken wir mal also wie gesagt leo die die strategie scheint ja zu laufen bei dir sonst hättest du ja nicht geschrieben du liebst diese strategie hier ist noch nicht nötig hier ist noch nicht nötig sehen wir wäre noch nicht nötig gewesen aber war vollkommen okay aber wie gesagt wäre noch nicht nötig gewesen bin ich der meinung so ja auch da passiert nicht viel die marschieren hier einfach durch und wir haben auch noch mehr als genug zum clearen dabei das heißt also es sind noch bogies am start es ist die queen selber noch da passt aber ich sehe hier noch nicht ich meine du hast noch ein heal also die die riesen die halten noch was klar aber wir könnten noch weil es ja noch nicht so ganz ganz inaktiv aussah wir könnten ja noch irgendwo springtraps haben und dann sind natürlich auch die riesen schnell weg so jetzt gucken wir uns das mal an weil ich würde jetzt nämlich denken dass du die oben hier die den bohrer nicht mehr so kriegst oder ich habe schon fast ein bisschen angst um dich dass du ums dunkle betrogen wirst ja queen arbeitet sich durch dann fallen logischerweise die lager ganz klare geschichte die kanone killt hier logischerweise so dann nach und nach geben die riesen auch auf aber der loot ist deiner auf jeden fall passt jetzt die kanone noch killen hier das könnte jetzt klein moment das ist dieser hit war kriegsentscheidend warum weil wir jetzt die möglichkeit haben sobald die riesen diese kanone weg haben kümmern die sich auch um den bohrer und die anderen sachen das ist das kriegsentscheidende gewesen sonst hätten wär wär das alles nicht gefallen weil die hätten sich zu der kanone noch durcharbeiten müssen und das hätte von der zeit her nicht gepasst und dadurch ist es ein äh three star geworden dadurch yeah ja der sieht so schlecht gar nicht aus weil der hat hier ein bisschen was loot der hat ein bisschen auch draußen zu stehen und dann fangen wir hier mal an also hier erstmal natürlich logischerweise meine schönen bohrer die finde ich immer richtig cool die sind nicht vom zahnarzt die mag ich nicht so aber die dunklen bohrer hier die sind ganz nett dann machen wir mal kurz einen prozess hier ganz ganz kurz zack 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 schnell alles hintereinander und hier nebenbei nochmal kleinen moment holen wir kurz mal die bogies raus die sich hier noch ein bisschen um den minenwerfer kümmern sollen genau läuft doch auf jeden fall zack hier oh wo ist mein da sind meine bogies bam 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 so und jetzt gucken wir mal wo wir hier eventuell noch reinkommen könnten naja das ist alles ein bisschen tricky das ist alles ein bisschen salat würde ich sagen gucken wir mal ob wir eventuell noch wenn wir hier noch ein spell droppen reinkommen und natürlich nicht nur reinkommen sondern eben auch wirklich noch aufs lx lager auf jeden fall gehen können ja genau das war jetzt nämlich natürlich meine meine zielsetzung ja minenwerfer geht noch down passt und ja klar da wird sie jetzt komplett verballert aber das ist in ordnung war ganz ganz okay für das bisschen barge so und hier haben wir noch ein queenwalk mit 3,9k level 22 vom tryhard aus dem clan seagoss der gegner ist inaktiv und draußen und leer ok naja das ist ja auch schon eine coole nummer aber vollkommen richtig von der stelle angefangen 14 mauerbrecher fast so aufgestellt wie ich 66 barbaren sind ein bisschen sehr viel aber ist nicht verkehrt ist jetzt nicht falsch wir haben einen jump den du nicht benutzen wirst denke ich das sollte auch so passen weil du mit den 14 mauerbrechern richtig was reißen kannst wichtig ist die mauerbrecher nicht zu setzen bevor deine magier die magier türme von dem gegner weg sind also beziehungsweise zumindest der weil du von hier aus reingehen willst vollkommen richtig dass die damit zeit gelassen hast weil ganz genau luftfeger ist da der hätte das eh nur nach hinten gepustet und fertig wäre gewesen so einwandfrei mauerbrecher sehr gut gedroppt obwohl sie halt in meinen augen noch was zu früh waren weil die gefahr besteht dass der magier turn platt geht aber hast auf jeden fall geschafft so jetzt hier schön fertig gecleared ja hier sieht man es jetzt hier wie gesagt wenn die mauerbrecher halt wirklich in anführungsstrichen zu früh gedroppt werden dass die halt noch von anderen sachen kaputt gemacht werden können so jetzt sehen wir hier jetzt garantiert der altar und die kanone genau und dann rein da mit dir dass du auf den minenwerfer gehst und dann natürlich oder natürlich gleich oder natürlich gleich einwandfrei aber das ist nur die halbe miete wir haben noch fünf mauerbrecher einwandfrei der minenwerfer muss fallen und dann gucken aber wenn du das ist hier das problem denke ich wenn du hier die mauerbrecher droppst werden die denke ich mal in die richtung rennen die werden hier nicht hin wo du aber glück haben kannst ist wenn du den jump noch hast dass du mit der wand jump mäßig echt noch gut dabei bist dass du eventuell den gleich sitzt weil wenn das gold lager weg ist wird die gucken wo sie hin doch doch das mit dem jump sollte das bei dir hinhauen ich weiß gar nicht ob ich die facecam wirklich drinnen lasse es kann auch sein dass ihr das video ohne facecam seht weil es wird immer dunkler aber kleinen moment haha kleinen moment so haben wir noch ein bisschen gegen gearbeitet hier so und jetzt will ich den jump sehen warum nicht der jump oder willst du vorher alles noch komplett clearen dass die halt wirklich nirgendwo anders hingehen kann aber der jump auf 2 hätte auch noch genug zeit ausgehalten genau hier gehen halt dahin exakt diesen jump wollte ich in dem fall sehen und jetzt jump die auch vollkommen richtig weil halt nirgendwo anders was sein konnte was halt irgendwo die queen abgelenkt hätte und jetzt gleich noch ein rage hinterher dir rennt die zeit weg dir rennt die zeit weg du hast die beiden minenwerfer du hast aber noch den bohrer dort ich hätte geraged ja schau mal hier jetzt gehen dir die ja also wie gesagt ich hätte da ein rage ein rage reingeballert dann noch ja glück gehabt ja geil auf den bohrer gleich ja und das war ja das das mittel der stunde das wolltest du ja haben alles andere egal jetzt noch auf die 50 prozent gehen du hast eh noch den rage der queen selber hau rein komm drück ihn ja genau einwandfrei und da sind die 50 prozent sehr sehr gut ausgeführt einwandfrei der war auf jeden fall sehenswert und das soll es für mich heute gewesen sein ich schneide das jetzt noch dann gehe ich noch was arbeiten und dann seid ihr wieder live dabei gewesen ich hoffe es hat euch gefallen haut rein ciao ciao